Hi Leute, ich wollte euch nur eine kleine Info geben und zwar werde ich nicht mehr so viele Videos machen, aber ein paar werden noch kommen, also es werden noch ein bisschen kommen. Ja, und ich labere dann weiter nach dem Intro. Ach und, ich mache jetzt noch eine andere Begrüßung, das habe ich ein bisschen abgeguckt von jemanden. Okay, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die heißt Mondfica, von der habe ich es eben abgeguckt. So, also wir schnappen nicht so lange rum, sondern fangen direkt an. Also, ich bin jetzt nicht der YouTube-Macher-Fan, aber ich habe es mal gemacht, um es mal auszuprobieren. Und, ja, also ich werde, also es werden noch Videos kommen, aber halt nicht so oft, je nachdem, ob ich Lust habe. Ja, und es werden noch keine Videos mehr mit Adopt-Me kommen, weil immer wenn ich Adopt-Me ausnehme, da bricht das irgendwie immer, immer ab. Das ist halt so nervig, wie beim Stream halt, den immer neu zu machen. Und, ja, dann habe ich mich auch entschlossen, keine Adopt-Me-Videos mehr zu machen. Ja, dann würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie soll man laufen? Äh, würde ich sagen, spielen wir noch ein bisschen das Spiel. Und, ja, ich wundere, wegen dem Mausklick, ich bin gerade in der Dock-Me-Videos, der hat gerade, also, ich wundere. Okay. Nein, egal, das war es mit dem Video. Ich habe auch jetzt schon, ich habe auch ein End-Intro gemacht. Also, wenn ich das Video beende, habe ich noch ein End-Intro gemacht, oder wie man das nennt. Ja, und das benutze ich jetzt mal, weil ich das Video beende. Ich bin schon gestorben, das passt ja. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bye. Und gebt gerne einen Daumen hoch. Bye. Bye.